Hallöchen Leute, willkommen zur fünften Episode Splatoon Online. Let's starten, lass uns die Welt voll spritzen. Ich hab eine neue Waffe und es ist der Feind Disperter, ne, Disperation, verdammt. Er ist für den Nahkampf am besten geeignet und er verliert viel weniger Tinte und das ist halt das Positive daran. Und ich kann viel mehr jetzt einspritzen, das, ja, ich weiß, es hört sich immer so doppeldeutig an, dieses Einspritzen. Aber, es ist wirklich so. Ich kann viel mehr jetzt hier erreichen. Und das find ich geil. Bäm, bäm, bäm. Jetzt machen wir voll die Raketen hier. So, alles ist leer. Das machen wir doch wunderbar. Da ist doch einer, den nehmen wir auch mit, natürlich. Und weee, und runter geht's. Natürlich, wir hier jetzt erstmal alles voll spritzen. Das ist ja wunderbar. Es läuft doch schon mal sehr gut für mich. Drei Kills war es, wenn ich mehr für den Anfang. So, jetzt schau ich mal, ob sie hier drüben für uns. Nein, oh Gott, da kann ich noch sehr viel von uns einspritzen. Weil erstmal unser Quartier natürlich markieren. Oh, da, 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 ich liebe diese Musik, diese, wow, da kommt schon einer. So, komm. Nein, verdammt. Und ich bin genau im Horn trennen und ich konnte mich nicht bewegen. Verdammte Scheiße. Auf jeden Fall, ich hab mir gedacht, diese Episode wird ein bisschen speziell. Wir werden uns nicht nur um normale Kämpfe kümmern. Nein, wir werden auch heute mal zwei Kämpfe im Rangmodus machen. Also ich werde hier drei normale Kämpfe machen und dann machen wir mal einen Rangmodus-Kampf. Diese Kämpfe sind ja auch ein bisschen länger. Von daher kann man das ja mal machen. Mal schauen, wie ich mich abschneide. Wow, da geht's schon ab. Die gehen schon auf unsere Base. Das kann echt nicht wahr sein. So, dann holen wir mal unsere Base zurück. Was hast du gedacht? So, komm. Dich hol ich auch noch. Zack, wunderbar. Hast du wohl gedacht, hä? Das kannst du mit mir vergessen. Oh, okay. So, machen wir mal. So, nehmen wir mal mit, was nur geht. So, sehr schön. Den haben wir noch mitgenommen. Wunderbar. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Wow, was geht? Hast du gedacht, hä? Ja, ja, ja. Oh, die Kids gehen heute bei mir ab wie Drecksau. Das ist doch schon mal optimal. Für die erste Route bin ich ja richtig zufrieden. So, holen wir jetzt noch hier alles, was geht. Ah, dich nehme ich natürlich auch mit in die Hölle. Dich nehme ich auch mit. Oh, da mache ich auch ein bisschen blau. Ah, verdammt. Da hat mich doch der Sniper mitgenommen. Ah, egal. Komm. Komm, ich gehe jetzt doch schnell vor. Wir haben ja noch 15 Sekunden Zeit. Komm, schnell, schnell, schnell. Oh, komm. Yes. Auch zwei Kids nehme ich mit. Nehme ich noch einen? Yes. Und ich nehme noch einen dritten Kill mit zum Abschluss. Wunderbar. Ich glaube, diesmal habe ich richtig ordentlich Kills gemacht. Zwei Mal bin ich noch gestorben. Das ist eine ordentliche Vererbung. 66,7% kann man auch zufrieden sein. Ja, da kann man echt zufrieden sein. Und 99 Punkte. Und 11 Kills, ey. Mein lieber Scholli. Das ist doch was Gradioses. Und einen Punkt fehlt mir für die 1000. Egal. Das ist doch mal gut gelaufen. Nicht mal aufgewärmt habe ich mich. Da bin ich jetzt mal gespannt auf die zweite Runde. Und bis gleich. Und weiter geht. Wir sind wieder auf der Imarovana Center. Diesmal in der Farbe Pink mit zwei Japaner. Würde ich mal vermuten. Und ein paar Japaner nehmen dran. Mit den Super Saiyajin Tyler noch als Gegner. Ja klar. Da kann es ja mal losgehen. So. Dann nehmen wir mal die Route wieder. Die altgewohnte Route von mir. Hey. Mach hier doch deine Seite. Lass mir doch ein bisschen Punkte. Dass ich hier ein paar Rakete noch sammeln kann. Oh komm. Wunderbar. Oh komm. Ja. Ich habe es voll. Sehr schön. So. Dann fangen wir mal an. Ja. Du gehst mal einmal down. Wunderbar. Was will ich mehr? Waaah. Jump nach drüben. Sehr schön. Da ist wenigstens markiert. Sehr schön. Komm. Mach mal da drüben noch. So. Was geht? Wein. Wo? 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 Mit der Haftbombe. Der kleine Drecksack. Eieiei. Unglaublich. Oh. So. Gehen wir durch die Mitte durch. So. Wir haben ja. Hier ist alles gut eingefärbt. Sehr schön. Oh. Markieren wir uns wieder alles. So. Gut. 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 Jetzt gehe ich da rüber. Mal schauen was. Wow. Wow. Der Drecksack. Yes. Dich habe ich mitgenommen. Hast du wohl gedacht. So. Komm. Wärme schön ein. Was nur geht. So. Dich nehme ich natürlich auch wieder mit in die Hölle. Super Saiyajin Tyler. Fehler. So. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Oh. Ich mache wieder einen Rundgang zurück. Und laufe lieber noch einmal so zurück. Weil man weiß ja nicht. Oh. Oh. Das gefällt mir überhaupt nicht da oben. So. Das markiere ich alles. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Wow. 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 So. Komm. So. Gut. Und weg. Weiter. Weiter. Komm. Komm. Yeah. Hast du wohl gedacht. So. Gut. So. Gut. Dann gehe ich jetzt nochmal hier hoch. Um zu schauen. Wie es hier aussieht. Ja. Das sieht schon wieder anders aus hier. Dann holen wir uns natürlich die Punkte wieder zurück. Das ist ja wichtig. Komm. Nee. 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 Ah. Komm. Yes. Hast du wohl gedacht. Der Feind ist. Der ist halt echt genial. Was der in der kurzen Distanz alles machen kann. Richtig geil. Das sind wieder ihre Bomben. Ah. Yes. Dich nehme ich mit in die Hölle. So. Komm. 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 Wunderbar. 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 Ich bin wieder zufrieden. Sehr sehr zufrieden sogar. Da kann man echt nichts sagen. Das ist ordentlich einfärben. 69 Prozent. Was will man mehr? Dum. Bam. 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 So. 917 Punkte. 5 Kills diesmal. Aber nur einmal gestorben. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Sehr schön. Und einer von denen war abwesend. Das hasse ich total. Das ist mir ja letztens passiert. Gestern beim Rangkampf. Da habe ich auch gedacht. Ich war alleine nur noch beim Rangkampf. Und wir haben geführt. Und haben nur noch 5 Sekunden vor uns gehabt. Und dann sind alle raus. Unglaublich. Naja. Bis gleich. So. Nochmal die Arovana Sender. Yeah. Komm mal zum letzten Standardkampf für diese Episode. Danach machen wir ja. Oh. Luigi. Luigi ist bei uns im Team. Yeah. Luigi. Mama mia. Nee. Wir machen die ja. Ich habe ja vorhin schon gesagt. Das ist die letzte Runde die wir machen. Weil wir machen nämlich Rangkämpfe da noch. Da bin ich mal gespannt. Wie ich mich online. Live natürlich. Schlagen tu. Bin ich wirklich gespannt drauf. Weil ich meine Rangkämpfe ist halt wieder wirklich ein anderes Kaliber. Weil da muss man echt hoffen. Dass sein Team gut ist. Weil ansonsten kann das echt in die Hose gehen. Das habe ich nämlich schon gemerkt. Das ist echt nämlich abartig ab und zu. So. Komm. Färme ein. Färme ein. Komm, komm. Da ist noch was. Sehr schön. Und ein bisschen jetzt wieder Tinte sammeln. Tinte sammeln. Tinte sammeln. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das sammeln wir noch ein. Wunderbar. So. Und jetzt mache ich meine Bomben. Dass wir die Haftbomben da überall platzieren. Ich habe ja genug. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich nehme alle mit in die Hölle natürlich. Das ist ja klar. So. Dann färme mal ein. Ah. Da ist gut eingefärbt. Sehr gut. Gefällt mir. Komm. Komm runter. So. Geh sterben. Da ist der Nächste. So. Du gehst auch sterben. Wunderbar. Das habe ich ja eigentlich schon mitgenommen gehabt. So. Ich glaube da kommt noch einer. Aber anscheinend doch nicht. Gut. Dass ich das da oben im Überblick habe. So. Gut. Da kommt wieder einer. Ich verstecke mich jetzt mal. Ich mache das jetzt ganz fies. Zack. Du gehst wieder sterben. Du gehst wieder sterben. Du gehst auch wieder sterben. Ha 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 ha. Bin ich fies. So. Gut. Dann kleckere ich mal oben. Und mache mir den Weg hier wieder zu. Sehr schön. Ach. Das Larfzug geschmiert gerade. Ich bin so richtig aufgewärmt. Wenn das jetzt noch larven würde. Ach. Guck mal. Da ist einer. Du Drecksack. Bleib hier. Ach. Du bist so down gegangen. Ei. Schämst dich nicht? So. Gut. Was ist da? Da können wir noch sehr viel einfärben. Wunderbar. Das läuft doch schon wie geschmiert. Ich bin echt zufrieden. Na. Hallo meine Freunde. Nein. Aber ich habe dich wenigstens mit in die Hölle genommen. So. Komm. Vor. 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 Schneller. 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 Oh. Da sind die sogar in der Mitte wieder. Bevor uns die. Sie komplett die Mitte uns jetzt einnehmen. So. Oh. Verdammt. Da ist er. William. Komm. 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 Schneller. Vor. 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 Komm. Hol mich zurück. Noch eine Sekunde. Auf. 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 Das ist zu viel Zeit. Wo wir gerade verlieren. Ich muss wieder helfen. Komm. Nein. Und ich fall ins Wasser. Das ist doch ein bitterer Kill. Naja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Sieg. Aber. Obwohl er bitter war jetzt gerade. Aber ich hole mir jetzt noch ein paar Punkte. Komm. Komm. So. Nehme ich noch ein paar Punkte mit. Ich kann zufrieden sein. Auch wenn es wieder nicht unter 1000 sind. Aber trotzdem. Aber es ist ein Sieg. Wunderbar. Ein richtig gutes Team gehabt. Muss ich sagen. Für die Standardkämpfer gerade. 8 zu 3 Kills bin ich auch zufrieden. Auch wenn ich dreimal gestorben bin. Ein Kill war ja umsonst wo ich gestorben bin. Das war ja echt für die Katz. Aber naja. Das Leben ist ja ja kein Ponyhof. Und wir sehen uns gleich bei den Rangkämpfen. So. Die Bohrinsel ist bei uns. Nautolus. Die Bohrinsel Nautolus natürlich. Ist bei uns Pflicht im Rangkampf. Was ist der Unterschied zu dem normalen Standardkampf? Hier muss man ein Gebiet nur einnehmen. Das werdet ihr sehen. Das seht ihr da vorne wo ihr seht. Das gelbe Gebiet. Das müssen wir einnehmen. Das ist das einzigste. Und wenn wir es 100 Sekunden halten können. Dann ist es wunderbar. Ansonsten haben wir ja wirklich gearscht. Und wir müssen halt. Ja. Unser Bestes jetzt versuchen. So. Einen nehme ich wenigstens mit. Den Anna. Und ich hoffe. Dass mein Team nicht zu blöd ist. Und. Bevor die das jetzt komplett einnehmen. So. Ich gehe jetzt gleich wieder voran. Dass ich mich gleich vor bin. Und natürlich. Diese Runden sind auch ein bisschen länger. Gehen natürlich länger. Hallo. Gehst du mal hoch? Unmöglich. So. Komm. Nein. Das ist der. Nein. Hallo. Wo seid ihr denn bitte? Das ist das was ich bei Rangkampf halse. Die meisten versuchen. Irgendein Gebiet einzunehmen. Was das sein soll. Das Gebiet was wir hier vorne haben. Es ist scheißegal. Das ist wirklich wichtig. Es ist scheißegal. Was wir hier. Oh super. Und jetzt macht er noch den super Ding. Den Tinten Titan. Es geht nicht darum hier. Bei diesem Rangkampf. Dass man so viel einfährt wie nur möglich. Das ist scheißegal. Es geht nur dieses Gebiet. Was im gelben da angezeigt ist. Einzunehmen. Und zu halten. Das ist das Wichtigste. Aber ich glaube manche haben das überhaupt nicht begriffen. Was das Spiel angeht. So. Ich bin gut. Jetzt wieder dabei. Ich nehme jetzt so viel wie es geht. Nur so. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Und jetzt gucke ich. Dass die auf der Seite nicht mehr kommen. Und auf der anderen Seite. Das ist wichtig. So. Sehr schön. So. Der Zähler läuft und läuft. Und so muss es sein. Verdammt. Und ich bin down. Mensch. Mensch. Komm. Zurück. Zurück auf die Plattform. Wir müssen wieder das Gebiet zurückholen. So. Ich hole dich natürlich. Sehr schön. Nein. So. Das. Verdammt. Komm. Komm. Nana kommt. Ich sehe es schon. So. Gut. Yes. Geh down. Komm. Yes. Ich hole wenigstens Nana wieder weg vom Feger. Das ist wenigstens gut. Unser Team führt. Sehr schön. Das ist optimal. Komm. Komm. Zurück. 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 Noch 2 Minuten und 30. Der Zähler läuft. Und das ist das Wichtigste. So. Komm. Ich hole ihn. Nein. Sie haben mich. 5 Sekunden noch. Kommt Leute. Auf. Vorwärts. Vorwärts. Auf. Komm. Vorwärts. 5 Sekunden sind es noch. Das schaffen wir. Es ist halt jetzt. Das Problem ist. Wenn man halt jetzt mal die Herrschaft verloren hat. Geht der Zeiger hoch. Der sitzt 72 Sekunden. Muss dann erstmal ablaufen. Damit es überhaupt unsere Zeit wieder weiter runter geht. Aber erstmal. Nein. 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 Verdammt. Ich bin down. So. Schnell zurück. Komm. Komm. Noch 8 Sekunden. Komm. Auf. Vorwärts. Vorwärts. Das darf nicht wahr sein. Nein. Jetzt schon wieder runter. Ich bin so dumm. Sie haben wenigstens den Zähler angehalten. Sehr schön. So. Vorwärts. Hoffentlich lande ich jetzt wieder nicht auf so einer hässlichen Plattform. Ja. Tatsächlich laufe ich auf so einer hässlichen Plattform. So. Komm. Und runter. Nein. Nein. Ich nehme dich wenigstens mit in die Hölle Nana. Unser Zähler läuft. Und das ist das positive Grad. So. Wieder vorwärts. Komm. Vorwärts. Vorwärts. Hör. Jetzt der Zähler muss laufen. Der Zähler muss laufen. Nein. Nicht die gegnerische Herrschaft. Noch eine Minute. Das muss man halten jetzt. Das ist wichtig. Was machst du da, Andreas? Oder wie du heisst. Das darf nicht wahr sein. Komm. Sehr schön. Zähler angehalten. Und zurückholen. Sehr schön. Du gehst down. Hässlicher Chines. Komm. Sehr schön. Zurück. Sehr schön. So muss es laufen. Wo muss es laufen. Und nicht anders da. So komm. Ich muss zurück. So komm. Dass ich wieder die Bomben hole. So. Geh down. Und halt die Fresse. Sehr schön. Die Bomben sind da. So. Ich hole jetzt alles wieder zurück. Was nur Problem wäre. So komm. Wow. Drecksäcke. Noch elf Sekunden. Das ist egal. Das ist jetzt Feierabend. Da ist es Feierabend. Das Wichtigste ist jetzt zurück. Genau. Den Zähler angehalten. Und jetzt ist Feierabend. Der Sieg ist unseres. Egal. Nein. Eine Verlängerung. Oh Gott sei Dank ey. Unfassbar. Noch eine Verlängerung. Ein knapper Sieg. Weil wie ihr seht. Es ist scheißegal. Wie viel man markiert. Hier ist es nur wichtig. Beim Rangkampf. Nur seine Position. Sein Camp zu halten. Okay. Ich bin jetzt oft down gegangen. Weil ich habe versucht. Unser Camp zu halten. Das ist ja nämlich. Ziemlich wichtig. In dem Moment. Ich bin Rang C. Das heißt. Ich bin noch unter den Noobs. Obwohl ich eigentlich. Sag mal. Jetzt nicht ein Noob bin. Bei Splatoon. Ich habe schon einen guten Skill. Aber ansonsten. Wir sehen uns gleich wieder. beim nächsten Rangkampf. Und zum letzten von dieser Episode. So. Und nochmal haben wir die Beunsel. Ja. Ist schon lustig. So. Und. Es geht los. So. Und weiter. Voran. 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 Ich hätte gedacht. Wir hätten jetzt mal eine andere Level. Aber wir haben anstatt mal andere Levels. Haben eigentlich nur die gleichen gehabt. In dieser Episode. Es tut mir leid Leute. Ich hätte gehofft. Dass wir ein bisschen Abwechslung gehabt hätten. So. Holen wir den ersten Rang. Die erste Herrschaft. So. Der ist der Erste. Der macht mich gleich down. Mit dem Klecksroller. Mit dem Medusa Klecksroller. Natürlich. Gleich vorwärts beamen. Dass der Zähler abgeht. Bis zum geht nicht mehr. Nein. Ja. Wir haben wieder die Herrschaft zurück. Das ist wichtig. Komm. Nein. Ja. Ich nehme dich mit in die Hölle. Auch wenn nicht der Kill auf mich gegangen ist. Aber der Zähler geht runter. Und das ist wichtig. So. Komm. Nein. 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 Das lasse ich nicht. So. Vergiss es. Der Zähler wird runter gehen. So. Du gehst diesmal in die Hölle. So. Jetzt verschwinne ich wieder. Dass ein bisschen mein Ding aufladen tut. Sehr schön. Der läuft gerade runter bis zum geht nicht mehr. So soll es laufen. Wunderbar. Noch 20 Sekunden Was will man mehr So, komm Die Bomben platzieren Bis zum geht nicht mehr, komm Verdammt, da kam einer Noch 5 Sekunden, er schafft es natürlich Nicht mehr, nein, es ist Fertig, es ist ein K.O. Sieg Ein ganz schneller, eine ganz schnelle Runde, wow, wunderbar Ich bin ja richtig glücklich Also das ist ja unfassbar Eigentlich, rein theoretisch, wir haben drei Normale Standardkämpfe gemacht Machen wir doch noch einen dritten Standardkampf, oh was heißt Rangkampf meine ich, es hat Ja so gut gelaufen gerade Vielleicht schaffe ich es ja auf C plus Man weiß es ja nicht, 2100 Punkte Sind mir und Natürlich war es amüsant Ging ratzefatze und wir sehen uns gleich Da hat man gesehen, schon wieder Die Bohreinsel, manche haben das Prinzip Vom Rangkampf verstanden, das Gebiet so schnell wie möglich einnehmen Und verteidigen und so schnell kann Eine Runde zu Ende sein Und los geht's Auf geht's, auf jetzt Nur ein bisschen Farbe, dass wir vorwärts kommen Das wir gleich hier vor Sehr schön Sehr schön, wunderbar So, und ich bin der erste Der von uns hier drauf ist, sehr schön So, du gehst in die Hölle Nein, 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 nein So, nein, das nehme ich Nein, scheiße Was war das? Eine Tintenmine Verdammt, ey Egal So, vorwärts Vorwärts Natürlich vorwärts Zu den anderen So, komm So, du gehst sterben Und wir nehmen das Gebiet ein Und wir nehmen das Gebiet ein Du gehst auch sterben Und sehr schön Wunderbar, wunderbar, wunderbar Niemand hat bis jetzt die Herrschaft geholt Das ist doch sehr schön Nein Das war bestimmt eine Bombe, oder? Ein Blaster, wow Ein Blasterschuss Respekt für diesen genialen Schuss Und weiter geht's Komm, vorwärts Geh mal zu Freddy Versus Jason Du Affenkopf Anstatt, dass du hier vorwärts geht's Nein So, komm Geh sterben Ich nehme gleich unser Gebiet natürlich ein Herrschaft erlangt Wunderbar So sollte es auch sein So, komm Komm Ich verteile gleich Bomben So, sehr schön Komm, komm Verdammt, verdammt Komm, 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 komm Sehr schön Unsere Herrschaft ist wieder erlangt Und er larvt Und er larvt Und er larvt Und er larvt Und der Zähler ist wieder angehalten Warum? Weil unsere Vollidiote nicht in der Nähe sind Sehr schön Auf geht's Vorwärts, 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 vorwärts Der Zähler läuft zu unnötig runter Für die So, das lasse ich nicht zu Komm Das lasse ich nämlich jetzt nicht zu Sehr schön Zähler habe ich angehalten wenigstens Verdammt Und wir gehen down Nein Das darf nicht passieren Komm, komm, komm Komm, komm Lass mich zurück Komm, noch eine Sekunde Auf, auf, auf Komm vorwärts, vorwärts, vorwärts Ach, und du bist down gegangen Du Vogel Herrschaft ist zurück Sehr schön Nein Das lasse ich nicht zu Dass die Herrschaft Weg geht Nein Vergiss es So, komm Nein Anstatt dass sie genau vorne im Pfandgebiet sind Gammeln sie woanders Da rum Unfassbar Wo die rumgammeln Sieht ihr die Namen Das ist doch unglaublich Die haben noch 10 Sekunden Ne, das ist vorbei Das ist vorbei Da kann ich vorangehen wie ich will Das ist Einmal darf man verlieren Schade Und beim Rangkampf verliert man gleich 10 Punkte Ich hätte gedacht Ich erreiche jetzt ein C plus Es ist ein K.O. Sieg Leider schade Ich hätte gedacht Wir holen noch einen Sieg Für diese Episode Aber leider ging es in die Hose Ich bedanke mich Vielenmals fürs Zuschauen Danke für eure Unterstützung Wir sehen uns nächste Woche wieder Bei Splatoon Online Lasst uns die Welt voll spritzen Bleibt dran Gebt mir einen Daumen nach oben Abonniert mich Und empfiehlt mich weiter Euer Davy Tschüssi Kowski